Hallo, willkommen zurück, Leute! Ich hab den Wichser eigentlich besiegt, ey! Oh, ich hab diesen Fisch gehasst, ey! Noch was? Fällt euch auf? Ich hatte 26 Leben! Und ich hab jetzt nur 15! Und wir kommen rein! Im Schloss von Vario! Mhm... Warum ist es Vario? Das Schloss von Vario! Ich hab mich auch noch gebückt, ey! Wow! Ja, ihr habt doch ne Macke, alle! Das Spiel ist ja noch krasser als Kaizo Mario, Mann! Einen da jetzt! Und... 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 Das gibt's doch nicht! Junge, spring doch mal richtig, Mann! Und... Hey, leck mich doch am Arsch hier! Darf ich euch was sagen? Ich fand das Spiel mal cool! Ich bin ein? Warum nicht? Ich bin ein... Ich bin ein und ich bin ein... Wie ist es? Geht es? Ich bin ein. Ich bin ein... Ich bin ein. Ich bin ein und ich bin ein, wenn ich mich nicht hier nehme. Ich bin ein... Du bist so weit wie ich ihn soll. Überraschung. Ich bin ein. Junge, spring doch mal richtig, Mann! Er total ausrastet, dieser Part, ey. Ich will keine Kohle? Danke. Oh, Mario, ich spring richtig, Junge. So, noch mal dahin. Ja, schon wieder getroffen. Schon wieder getroffen. Ja. Ich will nicht, dass ich was so... Ja. Wow! Fing dich, älter! Oh, ich könnte kotzen. Ich glaube, jeder, der dieses Letzter hier sieht, der wird mich auslachen. Ja, ich war doch schon längst darunter, Mann. Ey, der hätte mich gar nicht treffen dürfen. Ey, du wirst mit Pixeln getroffen. Ey, fick dich, Alter. Ey, nee, Leute, ich rass dir mal da aus. Wo gehst du denn jetzt schon wieder hin, du scheiß Arschloch, Alter? Hoch. Ich könnte kotzen. Also richtig. So, Mario, du Lusche. Das läuft richtig hier. Der trifft mich nicht! Hallo, Leute, willkommen zurück. Wow! Ja, ihr seht richtig. Neun Le... Leute, ich habe sehr viele Leben von mir, Mann. Leckt mich. Tut mir leid, dass ihr es jetzt sehen könnt, aber... ist mir jetzt... egal. Das ist mir so egal, was ihr denkt. Das ist mir so egal, was ihr denkt. Aber das ist mir so egal, ob ich mit Safe State arbeite oder nicht, ey. Ich habe gerade keinen Nerven mehr für das Spiel. Aber ehrlich gesagt, ich fand's mal cool. Wieso springt die Sau nicht richtig, Mann? Wieso springt die Sau nicht richtig, Mann? Das ist mir noch那ig. Wie die Sau nicht? Was ist mir noch das? Dann geht's mir noch ein bisschen... Wie die Sau nicht. Dann geht's mir noch mal an, ich sage mal an, ich hätte mal an... Ich bin noch ein bisschen... Also habe ich noch... Danke. Ah, nervt doch nicht, Alter. Danke. Ey, wozu habe ich überhaupt diese Dinger? Danke. Das ist mir so egal, ob es Assi rüberkommt, aber ich habe den Bock, Game Over-Screen zu sehen. Ich nicht. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. So. Ja, ist klar. So. Toll. Nein! 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 Ich kann's mit so'n fettes Ding bitte tragen. So. So. Ja, ja. Ha, 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 ha. Ha! Du. Etwas. Ich bin jetzt egal, wer besiegt. So. Down. Geht doch. Und schon verschwindet das Castle und es verhandelt sich in all unser Castle. Und sorry Leute, dass ich das mit Save-State gespielt habe. Ah, das hat mich so angekotzt. Danke, Mario. Leck mich, Alter. Ich war so sauer. Okay, Leute. Danke, Leute, fürs Zusehen. Danke, Leute, fürs Zusehen. Bei diesem kurzen Display. Ein sehr schönes Let's Play. Ein sehr schönes Let's Play, natürlich. Auch ein sehr schönes Spiel. Auch ein wirklich schönes Spiel. Aber an manchen Stellen hat man einfach nur... Boah! Bei der Ferne her einfach nicht gesprungen ist. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir unten in den Kommentaren, welche Spiele ihr 10 zu 10 wollt. Und... Ja. Schreibt's einfach in den Kommentaren. Welches schönes Gameboy-Spiel jetzt ist es die nächste Sehen wollt. Das werde ich dann für euch Let's Playen. Okay. Ja. Kost... Es ist gar nicht so weit wie gesagt. Nur mal sorry, wenn ihr den Slave-State habt... Es hat mich so angekotzt. Einfach nur... Ähhh... Es ist das einfach nur scheiße gewesen? Tony Hahn und Don James, aha. Steve Myles Present by Nintendo Steve Myles Okay, das war's, wir können nichts mehr drücken. Danke Leute fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüß!